So, jetzt sind wir wieder E-Malie, E-Mail, wir sind wieder E-Mail, wir sind jetzt nur noch E-Mail. Sam, Hannahs beste Freundin, umsichtig, abenteuerlustig, bald schon tot. Hast du Hunger? Oh, wie süß. Gibt's nicht. Was? Wie? Okay, wir kriegen eine zweite Chance, das ist gut, kriegen wir sonst nicht. Gibt's nicht. Triss ist verknallt in Ashley. Er ist methodisch, beschützerisch, humorvoll und wird bald sterben. Ja, aber ein Eichhörnchen, das wäre nochmal eine Disziplin. Oh, ich will das nicht. Ich will das nicht tun. Ich will das nicht. Ich kann doch jetzt ein Eichhörnchen nicht. Guck mal, das ist so süß. Ich kann doch jetzt kein Eichhörnchen erschießen. Volltreffer, was tust du denn? Warum machst du sowas? Chris, das ist sowas von krank. Was? Das arme Kerlchen war ein lebendes Wesen bis eben gerade. Jess, Mikes neue Freundin. Sie ist selbstsicher, gutgläubig, respektlos und bald tot. Emily, Mikes Ex. Intelligent, einfallsreich, überzeugend und bald schon tot. Matt, Emilies neuer Freund. Motiviert, ehrgeizig, sportlich und ihr wisst ja. Mike, Emilies Ex. Intelligent, engagiert, überzeugend und bald schon, naja, das, ja. Schley, verknallt in Chris, fleißig, neugierig, offen und bald gehacktes Halb und Halb. Manchmal ist es übrigens besser, nichts zu tun. Wusstet ihr das? Ah, aber ich kann das nicht. Ich kann das einfach nicht. Nichts tun ist einfach nicht so mein Metier. Was ist mit der Vogel mitspielen? Das wäre gemein, den außen vor zu lassen. Oh, Alter. 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 Oh, gemein. Nein. Scheiße. Oh, das wäre die Gelegenheit gewesen. Oh, nein. Oh, Mann. Ich bin so doof. Ich habe voll die Reaktionen vom Spiel noch. Oh, wieso habe ich jetzt draufgedrückt? Das ärgert mich. Das wäre ein Tod. Den müssen wir uns immer angucken. Alter, was? 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 Der ist Vorsicht! Oh, mein Gott. Oh, schade. Das war verdammt knapp. Josh. Bruder von Hannah und Beth. Kompliziert, nachdenklich, liebevoll. Naja, und bald wahrscheinlich auch tot. So, rein da jetzt. Ich will Tote sehen. Äh, ich meine, ich will weiterspielen. Oh, voll leid. Mit seiner komischen, biestigen Fremdgehfreundin da. Ich glaube, die haben auch gewögelt. Auf dem Weg im Schnee, wie die Tiere. So, ähm. Oh, nein. Ein Wagen. Oh, nein. Oh, mein Gott. Alles in Ordnung? Hey. Was? Hey. Was zum Teufel? Hey, du. Ich hab dich erwischt. Ich sollte cooler bleiben, wenn ich vom blöden Zicken angegriffen werde. Alter, ist die scheiße. Die ist aber, die haben so wirklich verdammt gut scheiße dargestellt. Egal, was du mit der redest, die ist einfach immer scheiße. Unabsichtlich der Ursache. Warum gehen die Lichter hier immer so laut an? Ich verstehe das nicht. Ich mache mein Licht an. Bam! Oh, eine Taschenlappe. Bam! Zum Lesen brauche ich immer ein kleines Nachtlicht. Boom! Entschuldigung. Tatsächlich. Ich dachte, er gehört zur Walddeko. Jena, bist du das? Beth, bist du das? Hm. Eine davon hat gerade noch einen Mund voll mit ihrer Schwester. Deswegen fragen wir mal. Ah! Oh! Shit! Ist ja gut. Alles vorbei. Okay, Mann. Hey. Ich bringe das jetzt schnell zu Ende. Okay? Oh, nein, nein, nein. Nein. Okay. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Wieso nicht? Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Okay. Okay. Ah! 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 Was der Ehemann am stärksten von seiner Frau oder Geliebten begehren muss? Ich bin so klein hier drin im Moment, dass meine Zunge sofort an dir festführen würde. Das kommt drauf an, wo. Oh, ähm, was der Ehemann am stärksten von seiner Frau oder Geliebten begehren muss. Euer Pech! Ihr verdämmt uns den Spaß nämlich nicht! Lecker! Lecker! Ekel und ich nämlich gleich fitten! Genau! Wir haben jetzt gleich Sex! Und der wird echt heiß! Dich werde ich auch gleich fitten! Wir werden das ganz sicher tun! Chris und Ashley hört sich ein bisschen an wie Kiss und Ashley. Entschuldigung, es tut mir so leid, aber die erste ist gleich weg. Alter, der Typ ist der schlimmste Läufer ever. Alter, alle zwei Meter! Alle zwei Meter! Der ist doch gar nicht lebensfähig, der Typ! Rutsche runter. Aua! 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 Aber er ist auf jeden Fall schneller unten! .. Schnell, Mund zu Mund. Okay, Jessica ist mehr erfolgreich losgeworden. Eine Sorge weniger. Ich glaube nicht. Glauben kannst an der Moschee. Bleiben mir in Ruhe. Ich muss Leute umbringen. Ich will das nicht tun. Nein, das will ich nicht. Hack doch einfach in ihren Kopf rein. Kann ich nicht nach links auf Emily zielen? Mann. Ach, das ist voll die Kackidee. Halt die Schnauze, Vibe. Ich weiß nicht. Lalalalalala Lalalala 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 Gung Okay, wir laufen diesmal weg Direkt in seine Arme wahrscheinlich So Oh Gott, bitte. Oh mein Gott. Wir werden hier drauf gehen, wenn sie uns nicht retten. Hier ist ein Psychopath. Haben Sie verstanden? Alter, das ist hysterisch. Hohohoho. Ähm, Entschuldigung. Oh 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 Verdammt Oh Teletubbie Winke, Winke Winke Scheiße Komm schon Emily Lass los Lass los Lass los Lass los Lass los Lass los Alter Scheiße Oh 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 Chris Hey, hey, hey Ruhig Du perbelstest du Scheiße Du perbelstest du Scheiße Ich klinge total überzeugen Ich will noch nicht 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 Was ist mit E-Mail? Das würde ich gerne wissen Alter, das mit Matt war so krass Das war so krass mit Matt Lass los Lass los Sein neuer Name ist Matt Wurst Oh Entschuldigung Matt Wurst Entschuldigung Oh E-Mail lebt noch Bei ihr hoffe ich, dass wir den noch überleben lassen Bis wir sie erschießen können Also das ist jetzt nicht böse gemeint Aber ein bisschen Sarah schuld Hat sie bei KICK 600 Euro ausgegeben Für so ne Plastikjacke Sieht gut aus, fühlt sich gut an Jetzt probieren wir mal Ob wir sie Leben hier durchkriegen Wenn nicht, ist nicht schlimm Haha, nein Matt Wurst ist nicht mehr da Jaja Ich bin's der Josh Josh Wie ist das? Ist das schön? Ah ja, ja Das ist ne gute Frage Matt Wurst, was mit dem Warte, wo ist Matt? Ist er okay? Ah Fick dich Fick dich Fick dich Ah Ash Ash, komm schon Das Fri ist gleich hinter mir Komm schon Bitte lass mich rein Ash W-W-W-W-W Was machst du denn? Ah 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 Alter Chris Fuck Was zum Teufel? Woah Okay Mike, ganz ruhig Du willst mich erschießen? Ja Es tut mir so leid E-Mail E-Mail Für dich Oh nein, scheiße, Mike Oh shit Oh shit Oh shit Oh shit Oh shit Was hab ich da getan? Fuck Fuck Mike Fuck Fuck Okay Okay Gott Ist vorbei, vorbei. Ihr seid jetzt nicht. Ihr seid jetzt nicht. Ähm. Entschuldigung, Gott. Kein Schutzraum heute. Ach, schön. Naja, sind's nur noch drei. Hier steht das... Der Biss... Wenn er dich beißt, bist du nicht infiziert. Mikey Boy, oh Mikey Boy... Mikey Boy, oh Mikey Boy... Auf dem Weg zur Schlachtbank-lalalala. Nööööö... Ah. Zu doof. ... Au... Näh! Gott verdammt, nein! Mist! Nein! Da, Rolf... Hihihi, Hihihi... Oh Gott, oh Gott oh Gott oh Gott... Jaah! Nicht? Ich dachte... Das Totem war Ashley. Nice. Wie kriege ich die beiden jetzt tot? Oh, 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 oh. Ach, krass. Scheiße. Ach, krass. Was ist Jess? Was ist Jess? Wie cool. Nein! Wie cool. Nein, du bist nicht real. Nein! Willst du nicht? Alter. Alter. Okay, das hat wehgetan. Oh, doof. Verdammt, was da passiert? Einer bewegt einen verfickten Muskel. Oh, fuck. Oh! Oh, ey, ey, ey! Ah! Ah! Ah, der ist doch schnupfen. Schi! Ah! Ah! Schnupfen Tötet Menschen Nein, er darf nicht überleben, er darf nicht überleben, er darf nicht überleben Oh mein Gott, oh mein Gott, nein, nein Wie ist das, Scheiß Haben wir's geschafft, haben wir's geschafft, haben wir's geschafft, haben wir's geschafft, haben wir's geschafft Todeszeit 4.30 Ashley 5.25 Emily, 4.50 Alter, das war so mies, oh Gott Das war doch gar nicht sein Tod Der hat doch noch gelebt, der hat doch das Feuer noch gemacht Und jetzt folgendes Ich bin sonst immer abgesprungen, weil ich weiß, was am Ende von so Maschinen erwartet Normalerweise Genau das hab ich mir gedacht Hohohoho Hohoho Hohoho Nice Ich hab's genau gewusst, dass da so ein Gerät ist Vielen Dank fürs Zuschauen Freut mich, dass ihr Spaß dran hattet Vielen Dank für alle, die jetzt immer noch dabei sind Die sich auch an allen Toten ergötzt haben Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen Und ciao Mit Ripp Mit V Jetzt aber Ciao Bis zum nächsten Mal 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.